Willkommen auf meiner Sprecherseite. Mein Name ist Matthias Ernst Holzmann. Sie suchen einen professionellen Sprecher für Ihren Imagefilm oder Ihr Erklärvideo oder Sie möchten ein Hörbuch oder Hörspiel produzieren, einen Radiospot oder eine Telefonansage, dann sind Sie hier genau richtig. Matthias Ernst Holzmann, ich sprechte viele Dialekte. Nicht nur bayerisch, ach hessisch. So ist es. Aber ich mach trotzdem lieber Frauen. So was? Das find ich aber schade. Er ist auch professioneller Opernsänger. Aber singt und schreibt auch Pop-Jongs. Ich hab die Sonne und das Meer und den Drink in meiner Hand. Es gibt nichts, was mir noch fehlt. Hier ist mein Schlaraffenland. Hören Sie sich meine zahlreichen Demos in den Playern unter diesem Video an. Oder schicken Sie mir Ihr Skript. Und ich nehme für Sie ein kostenloses, persönliches Demo auf. Matthias Ernst Holzmann, 1000 Sprecher und noch ein paar Sänger. Zum Preis von einem. Schicken Sie mir jetzt eine E-Mail oder rufen Sie meine 24-Stunden-Telefon-Hotline an. Ihr Matthias Ernst Holzmann Die coach meint BadЖen Stracher, 2-Stunden-Telefon. Und ich mache die Liste. Ich nehme eine E-Mail oder die Liste. 483-Angi aus. Und ich sage das nicht mirroy. Also werde ich mich sogar mit anderen.